Galileo Galilei schwört angesichts drörender Folter durch die kirchliche Inquisition der Lehre ab, dass die Sonne das Zentrum der Welt ist und an ihrem Ort unbeweglich und die Erde ist nicht Zentrum und nicht unbeweglich. Berthold Brecht lässt in seinem Drama »Lebendes Galilei«, dessen Schüler verbittert auf Galileis Widerruf reagieren mit folgenden Worten. »Unglücklich das Land, das keine Helden hat«. Galilei antwortet ihm darauf mit »Unglücklich das Land, das Helden nötig hat«. »Unglücklich das Land, in dem eine Anwältin, die der Gerechtigkeit nicht abschwören will und sich dafür zu Tode hungert, zur Heldin wird.« Eine Oppositionspolitikerin droht zur Heldin zu werden, weil sie nicht ihre Arbeit für politische Opposition abschwören will und auch nicht dem, dass nicht ein einzelner Präsident das unbewegliche Zentrum eines Landes sein darf. Wird die Türkei in absehbarer Zeit noch so glücklich werden, dass sie keine weiteren Helden nötig hat?